ich würde sagen wir bauen da schon noch ein bisschen tiefer damit das auch soll ja auch nicht so soll auch schon richtig meint gegen welchen Berg ja nee ist es braucht ja es soll ja es kann auch in der Mitte vom Bergland sein soll einfach nur nicht so komisch aussehen weil jetzt ist gerade so ungefähr auf der gleichen Höhe ich hätte gedacht treppenstufen ja die können wir nicht hier und ich meinte ich wollte hier ist wie sie ja wie sie ja so haben wir wieder ein paar stones alte ich hab schon so viel Cobblestone leider Erde auch bau dann so ne Treppe in den Himmel aus Cobblestone was? bau dann so ne Treppe in den Himmel Alter aber es wird anders aussehen es wird wie ein UFO aussehen ungefähr das wird in der Nähe von Eneas sein dass ich immer schön über ihn drüber schauen kann und dann kann ich auch fehl Tiere runterfallen lassen oha was ist wenn ihr jetzt die Folge anschaut Alter dann weiß der alles tja dann müssen wir halt so viel vorproduzieren dass wir die Season schon fertig haben wenn die erste Folge rauskommt da muss man Eisen oder ich tue es einfach rausschneiden hä hab ich das Eisen hast du das ach so das hab ich genommen sorry wie viel hattest du wie viel waren es? äh weiß ich nicht sechs glaube ich gell ja glaub schon ja kann hinkommen ja ist sogar genau so ne neue Spitze vielleicht sollten wir hier ne Kiste hin machen ja aber echt ne Guti ich mach das hier auch mal bereiter das ist zu dumm fällt mir fast runter und Höhenangst so ist es viel besser ich mach ne Kiste ok oder machst du schon ne Kiste ja ich mach mir ne eigene ach so ok dann mach ich mir auch ne weil den Cobblestone brauch ich ja dann irgendwann und die Erde Alter wie viel Erde hast du jetzt eigentlich schon drei Wolle? ja hab ich oh ich hab noch nen Ofen so mach mir gleich noch ne Spitzhocke hast du Holz? ich geb dir mal die Hälfte ich hab schon Holz ja trotzdem ok so wie tief noch? weiß ich nicht mal gucken kann es nicht die letzte Schicht sein die vorletzte ok mal guck dir das mal an du bist schon end hoch die vorletzte doch das ist mir egal das ja vielleicht soll ich mal sagen wenn ich das Video gefallen hat dann drückt doch bitte ja und wenn ihr ne bessere Idee habt es um Elias zu trollen entschreibt es bitte unbedingt in die Kommentare schreibt und wenn Trollidee für Elias ans und bitte wegen Giuliano ob er in der Season nochmal kommen soll oder ob es eigentlich jetzt egal ist ob er da ist oder nicht ja das wäre auch noch ganz gut wenn diese Folge draußen ist dann ist schon das das ist letztes Test schon lange oder die kommt jetzt das kommt ja schon heute ja aber vielleicht kommt das jetzt mehrere vielleicht noch mal letztlich aber ehrlich gesagt will ich jetzt nicht in Minecraft über mit was reden weil das ist ja eigentlich fast das selber ja das stimmt aber trotzdem hier fängt dann auch wieder Stein an unter der Erde boah meine Schaufel ist schon wieder im Arsch also ich hab so viel Erde ja mach ich denn damit ja man ich baue mir einen künstlichen Berg ja voll geile Idee heute hast du noch Kohle? ne ist alles in den Ofen scheiße ich glaube wir müssen dann auch noch eine Minentur machen ja komm müssen wir dann auch noch eine Sightseg-Tour machen Sightseg-Tour ach ja so das ist jetzt die letzte Schicht Erde hier und dann muss nur noch der Stein weg ok weil das muss ja auch noch durch die Erde ersetzt werden der unterste Stein ja alter ne die Erde muss nicht wegleeren nicht nein da kommt ja dann das ist ja die an die Erde schicht müssen wir dann halt irgendwie gut aussehen lassen ein bisschen kannst mir beim Stein abbauen helfen ja was gibt's denn zu reden was gibt's denn zu reden Ich kann auch mal sagen, dass wenn ihr Themenvorschläge habt, worüber wir reden können, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ja. Das wäre echt sehr nett. So, was ist für die Zuschauer meistens langweilig und dann spulen sie vor. Ja, genau. Und deshalb könnte man ja währenddessen reden. Aber alle, die jetzt Brickforce gesehen haben, das ist angetestet und es nicht ganz angeschaut haben, die müssen es sich ganz anschauen. Weil es ist echt witzig. Wie Elias voll abkackt und so. Oh ja. Also ich würde es euch raten, komplett nochmal anzuschauen. So, wir sind auch gleich durch. Natürlich. Aber wir brauchen noch Redstone und alles für die Technik, ne? Da hätte Elias doch was in deinem Küste. Naja, stimmt. Dann schnell holen. Oder du holst es schnell. Nee, ist egal. Wir brauchen, wir nehmen, wir haben das selber gerne Zeit. Ich glaube, ich fange später dann schon mit meiner Treppe in den Himmel an. Jetzt wird sich dein Ende aufregen, weil wir noch so lange aufgenommen haben. Aber ich meine... Aber ich hoffe, Elias schaut sich die Folge nicht an. Ja, glaube ich. Hoffe ich auch. Und wenn ja, was machen wir dann? Keine Ahnung. Dann haben wir verkackt. Oh ja. Später hat er denn dieselbe Idee und schießt mit einer TNT-Kanone zurück. Ja, genau. Dann so TNT-Wettel. Aber es geht bei ihm ja nicht so wirklich, ne? Ich habe ja auch schon versucht, aus einer geraden, aus einer geraden Fläche rauszukriegen, aber das geht nicht. Das ist zu flach, das TNT. Jo, gleich haben wir es geschafft. Bauen wir eine Riesenfarn. Aber da müssen wir so ein glattes Feld bauen. Okay. Was ist jetzt? Ich hole die Erde. So, und zwar würde ich das hier irgendwie... Weil wenn wir hier jetzt einfach so eine gerade Fläche machen, sieht das schon scheiße aus, oder? Wobei, wir machen eine gerade Fläche. Und dann baue ich da einfach eine Eingangstür rein, dann sieht das so aus, als wäre das ein Haus. Soll es ja eigentlich auch sein, es soll ja mein zweites Haus sein, sozusagen. Also ab wann? Nee, einfach die ganze Zeit hier. Einfach alles voll mit Erde. Alles hier? Einfach alles voll mit Erde erstmal. Dann mache ich die Reise. Alter.